Wir gucken einfach mal. Machen wir weiter mit Resident Evil 2. Ich glaube Zombies habe ich alle erledigt letztes Mal, oder? Hallo? Ja, ich glaube Zombies müssten wir alle erledigt haben. Zombies müssten wir alle erledigt haben. Kein Problem. Das ist natürlich ein bisschen angeschlagen. Okay, was haben wir hier? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt irgendwas passiert, weil wir das Ding genommen haben. Nein? Du bleibst tot? Hier kommt nichts runter? Das ist gefährlich. Ah ok, wir sind ein bisschen verletzt. Wir sind ein bisschen verletzt, aber das kriegen wir hin. Stöhne nicht so Leon. Das könnte wesentlich schlimmer sein. Können wir eigentlich den Feueralarm anmachen? Das ist doch bestimmt das Ideale, in einer Zombie-Apokalypse erstmal einen Feueralarm anzumachen. Da weiß jeder, dass wir da sind. Der einzige Vorteil, den wir hätten, ist, dass die Licker dann komplett durchdrehen, weil es zu laut für sie ist. So, jetzt muss man hier nochmal auf die Karte gucken. Der Aufenthaltsraum. Tieftemperatur-Testlabor. Da mussten wir rein. Da war aber die verschlossene Tür. Serverraum mussten wir auch rein. Und da ist die Überstrom-Schaltung. Ich glaube dafür brauchen wir dieses Modul, was wir haben. Da wird aber bestimmt was passieren wieder. Ach stimmt. Hier waren die Licker. Ich habe noch mehr gehört. Jetzt zappelt immer noch so ein bisschen. Ah, es ist... Ungewohnt wieder ein bisschen Resident Evil zu spielen. Okay. Was hatten wir hier nochmal? Ah, Inventar ist voll. Ja, kann ich jetzt für nichts ablegen. Ich will erstmal gucken, was hier passiert. Weil hier würde uns bestimmt noch irgendwas abgehen. Wenn wir das hier reinpacken... Nein. Äh... Geiler Beat. Du, 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 du... Oh, die Polizei kommt. Okay. Ähm... Das ist schon wieder die ganze Stimmung versaut. Kann ich noch irgendwas drücken? Äh... Regler... Kui wechseln... Ah... Murph musste da rein. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich auf Murph umstellen. Können wir noch mal gucken. Nein. Ich muss es erst untersuchen. Stellt sich auch immer wieder um von Murph weg, ne? No. Jetzt. Nein. Ah... Ich mag das Ding irgendwie. Ich spiele total gerne mit dem Ding. Okay. Äh... Wir können das andere Ding auch noch drehen. Das müssen wir wahrscheinlich tun, oder? Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen Murph. Wir müssen hier aber irgendwie übereinander leben. Ich habe mal keine Ahnung, wie... War das so? Das kommt aber auch nicht hin, oder? So. Okay, jetzt wahrscheinlich nicht das Richtige. Äh... Es gibt noch so ein Ding. Da können wir das Ding wahrscheinlich reinpacken. Das war, ähm... Ach... Aufenthaltsraum. Hör auf dich zu bewegen. Äh... Ich will die Trophäe eigentlich noch ganz gerne mitnehmen. Aber was will ich für die Trophäe wegpacken? Ich kann eigentlich für die Trophäe... Ich könnte höchstens das Kampfmesser wegpacken. Brauche ich das Kampfmesser so dringend? Ich habe genug Munition. Ähm... Tja, dann... Komm. Ich habe was gehört. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald angegriffen. Ah... Trophäe in Form einer DNA-Helix unter dem Sockel steht etwas. Das ist wahrscheinlich die, äh... Für das Labor. Okay. Hey Shiky. Hey, hier bin ich Mensch. Hm, hm, hm. Hm... Hey, die sind grosser. Ah... Na, kommt hier ein Lecker oder so? Spannung steigt. Okay, die Sache ist, ich musste wieder hoch. Oben war aber das Gewächshaus und da waren diese ganzen Wuseldinger. Gucken wir mal. Da wird mich doch bestimmt was erwarten. Ich hasse die. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Uh, da ist noch einer. Da hab ich mal durch. Danke. Okay. Ich werde euch alle ausrotten da drin. So, nochmal auf die Trophäe gucken. Ähm, wir brauchen... Knubbel das, Knubbel oben, ganz Knubbel unten links. Okay, warte, das war... Das? Das hab ich schon wieder vergessen. Das? 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 Nein. Okay. Hab ich schon wieder komplett vergessen. Okay, wir brauchten die Doppelten. Ach, oben war das Ding. Okay. Und dann diesen leichten Strich. Leichter Strich, oben mehr. Das? Das? Ich hab das zweite schon wieder vergessen. Was ist denn los? Ich bin heute absolut nicht aufnahmefähig. Ähm... Ach, der einzelne Strich. Okay. So. Das. Der einzelne Strich, der ein bisschen höher ist. Was ist der hier? Ja. Dann brauchten wir... Wo der Knubbel mehr oben war. Und dann brauchten wir das Ding hier. Ah. Da müssen wir jetzt hin. Ich hasse das Spiel. Geh mal weg. Ah. Da sind die. Geh mal weg. Okay. Der Rückweg wird nun wahrscheinlich ein bisschen lustiger. Bei der Rückweg... Ja. Ähm... So die Kartusche benutzen. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Okay. Ich muss das irgendwie rüber kriegen. Aber wie kriege ich das genau in das leere Ding rüber? Ähm... Ah. Das ist jetzt aber zu viel, ne? Da ist die Begrenzung hier. Ne, Moment. So. Das kann ich hier reinfüllen. Das wäre jetzt allerdings zu viel. Das würde alles hier rein gehen. Okay. Ähm... Die Frage ist, was ist meine Kartuschenkapazität? Das ist jetzt zumindest nicht. Okay. Tausch mir hier mal. Tausch mir hier mal. Tausch mir hier mal. noch rüber. Ist das richtig? Ne. Das ist bei weitem nicht richtig. Okay. Hmhmhmhm. Wie machen wir das? Jetzt haben wir hier diesen ganz kleinen Rest übrig, ne? Okay. Eigentlich müssten wir... Eigentlich müssten wir ja... Das Ding ist schon richtig hier. Weil das ist das einzige, wo unsere Begrenzung rankommt. Hier ist zu wenig drin. Oder würde das andere auch funktionieren? Das würde auch funktionieren, ne? Das kann sich nur um Stunden handeln. Das andere Problem ist, das stand doch in dem Bericht glaube ich noch drin, soweit ich weiß, dass das sofort gekühlt werden muss, ne? So, ich füge hier mal noch ein bisschen rüber. So, dann switchen wir mal. Switchen wir das mal. Switchen wir das mal. Switchen wir das mal. Füge hier mal rüber. Das ist aber jetzt die gleiche Menge, die wir haben, oder? Ja. Ich glaube schon. Ich bin in solchen Rätseln echt nicht gut. Das ist die gleiche Menge. Ich kriege das halt nur geviertelt, wenn ich erstmal das ganz große voll mache. Und wenn ich das jetzt hier trenne. Weil das ist auch nicht ausreichend. Muss ich aber wahrscheinlich das hier so machen. Jetzt habe ich nämlich drei unterschiedliche Größen. Und jetzt muss ich einfach das hier mit dem kombinieren. Nein, das reicht nicht aus. Jetzt habe ich wieder zwei unterschiedliche Größen. Hätte man sich auch denken können. Okay. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ist grad nicht so spannend. Ich weiß. Ich versuche es so schnell wie möglich zu lösen. Ich muss auch mal gucken, wie das geht. So. Jetzt habe ich hier. Das wird ja nicht ausreichen. Das ist zu viel, wenn ich das jetzt wieder rein mische. Das ist ja auch klar. Weil ich habe es ja gerade wieder... Ich bin auf dem Hohlkopf. So. Aber... Das hier könnte ja mit dem... Dann mit dem? Ja. 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 Kleines Gras. Differenz großen und mittleren. Oder? Ja. Ich glaube das war es. Also du musstest hier auf jeden Fall erstmal in drei unterschiedliche Gruppen einteilen. Verteilerkartusche Lösung. Verteilerkartusche Lösung. Okay. Stehe es jetzt auf. So das Problem ist halt, wir mussten das Ding kühlen. Und in den Kühlraum kommen wir hier rein. Nein. Oder? Oder? Ich muss mal ganz kurz durchlesen. Hintergrundlage. Nein. Äh... Hier. Ja. Aufnahme Spezialeinheiten. Notizen des Unbekannten. Unkraut Vernichtung. Leere Kartusche Platzieren. Auf ordentliche Menge einfüllen. Umgehen. Kühlen. Okay. Jetzt müssen wir in den Kühlraum. In den Kühlraum kommen wir allerdings noch nicht rein. Weil für den Kühlraum brauchen wir erst den Zugang. Und den Zugang haben wir nicht bekommen mit dem Ding was wir hatten. Wir hatten aber hier noch in dem Schlafraum sowas ähnliches. Und zwar diese Überstromeinschaltung. Das heißt ich glaube wir müssen jetzt erstmal zurück in den Schlafraum. Das heißt wir müssen uns jetzt erstmal wieder durch diese Greenhouse Zombies kämpfen. Und da wir hier diesen Gittergang haben könnte es besonders lustig werden. Da ist einer. Da ist einer. Aber hier ist keiner. Lauf Leon. Tschüss. Jetzt kommt einer hinterher gefallen. Äh... Sorry Ghostlicks. Only German. I don't understand. Ist das Spanisch oder? Das ist Spanisch oder? Nee Französisch. Spanisch oder Französisch? Eins von den beiden. Ich würde es halt furchtbar gerne hier nochmal... Das muss doch irgendwie funktionieren oder? Ich meine wir haben doch die Murph Einstellung. Runter, runter, runter. Geht das nicht irgendwie? Jetzt müsste der hier sein ne? Okay, jetzt muss den ich. Äh... Lateinisch. Hello, what happened? Nothing. Okay, ich glaube wir müssen nochmal zurück zu dem anderen Ding. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich würde sagen wir finden es einfach mal raus. Und müssen das Ding in den anderen Murph einsetzen da. Zombies sollten ja großweitig gecleared sein. Kann natürlich immer noch was Neues kommen. Jetzt dadurch, dass wir neue Sachen erhalten haben. Aber ich glaube es eher nicht. Ähm... Das können wir glaube ich übrigens wegwerfen. Aber wir gibt es wieder ein bisschen Platz. Okay. Und wir mussten zurück hier. Ach, ich liebe dieses Labor. Immerhin bin ich mir sicher, dass hier erstmal nichts Schlimmes passieren kann. Aber wir müssten es eigentlich bald haben, oder? Ja, ich bin autorisiert. Hier wird bestimmt wieder irgendwas durch die Decke kommen. Wenn momentan was kommt, dann durch die Decke. Zumindest wenn ich das Ding einsetzt, wird wieder irgendwas passieren. Ja moin! Scheiky! Ich glaube der ist tot, oder? Stehst du nur auf? Okay. Muff. Das war das Ding Muff, oder? Error. Du hast Schalki umgebracht und noch einen Quinstreamer weniger. Ach, Schalki, Schalki hält das aus. Der steht wieder auf. Der ist wie Jesus. Ähm... Du beseitigst deine Konkurrenz. Das ist Business. Ne, hier muss ich Muff machen, ne? Also müsste das das richtige Ding sein. Ich muss halt nur verstehen, wie diese Dinger richtig funktionieren. Ähm... Umbrella Electronic Power. Okay. Vielleicht muss ich die wirklich auf die richtige Frequenz einstellen. Es geht hier ganz tief runter, dann geht es wieder hoch. In der Mitte geht es wieder hoch, runter. Und dann am Ende geht es auch wieder hoch, runter. Also die Wellen müssen wir diese Wellen finden beim Muff. Boah, was mache ich mit dem zweiten Ding hier? Ist auch ein Error-Code. Verstehe diese Dinger nicht. Ich verstehe dieses Ding nicht genau. Vielleicht den Modus wechseln? Äh, Modus wechseln wir ja. Also Modus sind die Dinger hier oben, oder? Ah, oder meinst du... Ne, aber dann ändert sich auch das ganze Ding hier. Deckung ist gleich. Moin, Rainbow. Moment. So? Erst Modus wechseln, dann die anderen Rädchen drehen. Ah, jetzt müsste es gehen, muff, perfekt. Seht ihr, ich habe es gesagt, der Schalki steht immer wieder auf. Der hält es aus, der Junge. Er kann schon einiges ab. Ah, 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 okay. Platzverschwendung. Dann haben wir eine weitere Gürteltasche. Und wir haben, ach so, das war jetzt nur, um noch was weiteres zu holen. Das war aber für nichts Wichtiges. Und um noch was zu lesen. Wayne Lees Notiz. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren diese Männer in schwarz. USSS, die Spezialer hält vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hörner in einer roten See, das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt. Ich bin ein Genie. Ein Genie, wie ich kann nicht an einem Ort sterben. Nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich, dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde. Ich würde sagen, der gute Mann hat den Kopf verloren, oder? Hier haben wir jetzt aber alles, oder? Ja. Das Licht ist wahrscheinlich nur eine trügerische Sicherheit. Jetzt kommt da deine Pappschachtel in was vor. Oder es kommt gar nichts. Okay. Es hat aber auch lange gedauert, bis ich dieses Ding raus hatte, das Rätsel. Und wir hätten da gar nicht mal zurückgehen müssen. Weil ich hatte das ja alles schon. Okay, das heißt, wir müssen jetzt unten. Unten Stromversorgung. Unten dann die ganzen Gegner besiegen, die wahrscheinlich kommen werden. Weil wir weiterkommen. Und danach müssen wir das Ding einsetzen, die Kartusche. Und uns diesen Chip holen. Und dann müssen wir über die Brücke. Das ist jetzt der Plan. Und das machen wir jetzt. Achtung, nachdem wir damit durch sind. Ja, wird es wahrscheinlich nur lustiger. Hier dürfte nichts mehr sein, ne? Jetzt sind wir auch wieder schon zum dritten Mal lang, ohne dass sich irgendwas geändert hat. Also von daher glaube ich, dass wir hier relativ sicher sind. Ist ja auch mal gemein, wenn sie da so ein dynamisches System einbauen, dass auch wenn nichts Neues passiert, immer wieder neue Gegner nachspawnen. Also von daher, dass wir das spawnen. Okay. Murph brauchen wir. Moment, da muss ich mal ganz kurz gucken. Nein, das war nicht Murph. Ich wollte da noch mal rangucken. Untersuchen. So. Murph ist hier. Äh, haben wir ja fast. Naja, fast ist gut. Jetzt benutzen wir Murph. Und werden angegriffen. Zumindest da ein Licker erwartet. Ich höre Licker. Über uns krabbelt was. Okay, wir müssen in die... Tiefenabteilung. Madame Relife auf dem Dachboden. Nein. Ich habe nicht mal einen Dachboden. Das könnte höchstens mein übriger Nachbar sein. Aber der ist glaube ich manchmal von seiner Party gestern. Gedamaged. Wäre nett, wenn Leo mal hier das Licht anmachen könnte. Warum? Also jetzt halt nur mal so eine dumme Frage. Warum haben die eigentlich das Kühlerbau hier unten, aber die Sachen für das Mischen sind oben? Warum haben sie das nicht direkt nebeneinander gemacht? Und warum wusste ich das? Gott verdammt. Die steht auch noch mal auf. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben fünf neue Nachrichten. Oh, die möchte ich lesen. Komm schon, steh nochmal auf. Ich will das hier beenden. Dann nicht. Okay. Wayne Lees Posteingang. Absenker. Rick Mondoza. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Catwright. Was für ein Arschtoch. Naja, er ist der Boss vorerst. Egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Das finden wir jetzt. Das ist ja auch toll, ne? Das war auch eine Grand-Streamerin. Ich bringe alle Grand-Streamer auf, ne? Absender. Byron Catwright. Beschäftige der Typ was. Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft. Schön. Sorg dich nicht wegen des Gewächshaus-Inspektionen. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Rick Mondoza. Noch am Leben. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Catwright? Rick Mondoza. Bitte antworten. Gewächshaus 43. Dreh durch im Gewächshaus. Ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne. Wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Betrifft keiner. Erinnerst du dich noch an Susi? Die Schierliederin. Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich muss dir noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Tja. Schieß doch nochmal auf. Mathilde kann echt ganze Arbeit leisten. Schutzbrille, Schutzausrüstung. Brauchen wir nicht. Ist ja nur ein Kühlraum. Ja. Da kommt aber bestimmt was aus den Türen raus. Komm, Zombie, 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 komm. Zombie, 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 Zombie. Nicht du Katze. Okay. Verteilerkartusche benutzen. Die muss umgehend gekühlt werden. In der Zeit werden wir angegriffen. Oder auch nicht. Unkrautvernichter. Kühlvorgang abgeschlossen. Und jetzt? Kleines Schießpulver. Damit können wir noch ein bisschen Flintmunition machen. Das ist gut. Zweimal hält besser. Das war es aber noch nicht. Hier kommt doch bestimmt noch irgendwas. Warum haben die eigentlich Schießpulver in diesen Kühlerräumen? Ich finde es auch schön, dass die Zombies sich noch bewegen. Da kommt ein Licker raus. Ich erwarte die ganze Zeit was. So was. Okay. Der Serverraum ist... Ist der noch zu? Können wir da rein? Müssen wir da noch hin? Serverraum? Wir finden ein Kampfmesser. Ach, das ist nur ein Speicherraum. Okay, der Serverraum ist nur ein Speicherraum. Das ist ja gut. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Was haben wir hier noch? Kombinieren. Da haben wir noch ein bisschen Flammenwerfermunition. Die werden wir wahrscheinlich noch irgendwann brauchen. Und hier haben wir noch einmal Schießpulvergelb. Das heißt groß. Ich könnte theoretisch... Ich glaube, ich werde sogar Magnum-Munition herstellen, oder? Kann ich mir noch erlauben. Ich habe zwei große Schießpulver. Was soll der Geiz? Jetzt will ich nur noch Trinit auf der Shootlist. Ich wollte auch echt jeden Totsehen. So. Die nehmen wir raus. Die kombinieren wir. Die kombinieren wir hier mit. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Ich hätte ganz gerne eigentlich noch Kraut oder so. Aber ich habe keinen Kraut mehr, ne? Nein, ich habe nur noch ein normales Schießpulver und ein rotes Kraut. Ich brauche aber blaues Kraut. Jetzt die Frage. Wo muss ich das Ding reinmischen? Da rein, oder? Lösungssprinkleranlage. Führungspersonal, PC. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder durch diese ganzen Zombi-Horden. Und für die nehme ich tatsächlich mal den Flammenwerfer. Zurück zur Sprinkleranlage. Ich habe schon was gehört. Kommt aber kein Licker. Das wundert mich. Oh, oh. Da sind zwei Stück. Ja, brenn mal. Okay. Unkrautvernichter. Lösung wird zerstört. Hey, Doc Lynn ist da. Das hat funktioniert. Warnung. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Oh, die könnten bestimmt schlimm werden. Okay. Blacky, was machst du hier? Die Frage ist jetzt, sind auch die ganzen Zombies da tot? Natürlich leben diese noch. Und natürlich stellen sie sich jetzt mir in den Weg. Hier komme ich nicht durch, ne? Nein. Ah, wisst ihr was? Das ist mir lange genug auf die Nerven. Das hätte ich viel früher machen sollen. Ich mag es, wie sie noch zappeln. Moment, sollte man die nicht komplett verbrennen? Ah. Hier haben wir noch ein blaues Kraut, oder? Oh, das ist Luxus. Du stehst jetzt aber nicht hier auf, oder? Du siehst ziemlich tot aus. Chip. In das ID einbaut. Führungspersonal. Scheiße. Oh, du heiliger. Das war ja sowas von klar, dass jetzt Mr. X kommt. Der lebt also auch noch. Ich überlege gerade, welchen Weg ich gehe. Wenn ich jetzt oben lang gehe, ist da Mr. X. Und da oben sind auch noch mehr von diesen Dingern. Und hier wird wahrscheinlich auch noch irgendwas kommen. Wenn nicht sogar Mr. X hier unten auftaucht. Der taucht doch nur auf. Ich bin jetzt noch einillahirrt. Ich bin jetzt noch mein Herz. Ok. Klips. Mann? Das kann den ganzen Tag. Das ist das. Lass'n weitergehen Junge, bis du schwarz bist. Ich hör' nicht auf. Geht doch. Die Tür kommt jetzt aber nicht Mr. X, oder? Wir sollten uns beeilen. Wir sollten uns wirklich beeilen. Weil der ist bestimmt hinter uns. Jetzt haben wir gesagt, hier gibt's keine Zombies, aber hier kommt bestimmt Mr. X. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch so'n Ding. Was haben wir hier? Digitale Labor-Videokassette. Untersuchen. Kann ich mir natürlich leider nicht angucken. Da stand irgendeine Operation. Operation Nest Wacker. Ok. Speicherraum anscheinend. Was brauchen wir? OSS. Untersuchen. Space. OSS. Nein. Das brauchen wir. Haben's schon. Sobald man das Ding raus hat, ist es relativ easy. Und jetzt kann ich mir das nochmal angucken. Nest Wacker. Ok. Was passiert? Informationen sind immer gut. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin. Sie kommen. Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Clancy, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Regatta! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Also waren das G-Proben. Und die sind dann in der Kanalisation verteilt worden. Ok. William Birkins Posteingang. Uuuuh. Absender Joan Doyle. Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nestlabor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seinen Posten enthoben. Absender BE. Vielen Dank für Ihre Mail, Dr. Birkin. Die Leistung interessiert mich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen wird das Bestfinanzierte des Landes. Richard Kessler. Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich nicht wechseln, also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett. Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Ab jetzt übernehmen wir. Absender. Jane Doyle. Abmahnungsbescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisiert Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Okay. Kann man hier noch irgendwo speichern? Scheint nicht, ne? Nur noch mal eine Kiste. Ein Video-Ding. Und hier geht's weiter. Mit ein paar Zombies. Nein. Nichts. Es kann nicht nichts geben. Die Kontaminierungsdusche. Oh, hier ist schon jemand langgelaufen. Das sieht sehr nach einem Bossraum aus. Das heißt, wir nehmen... Ich habe leider keine Flint-Munition. Ich habe noch eine Menge Meck-Munition, aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Flammenwerfer. Was kommt jetzt? Nichts. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Herz. Da ist ein Rechner. Ich will mich jetzt mal ein bisschen umgucken. Da kann ich irgendwas reinpacken. Und hier ist ein kleines Aquarium-Labor. Boah. Und wir finden nochmal... Schießpulver groß. Okay. Das hätte ich natürlich ganz gerne für die Truhe noch gehabt. Aber wir haben... Ja, wir haben noch eine Truhe. Schießpulver groß. Kann ich mit Schießpulver normal kombinieren. Dann kriege ich unterwegs noch ein bisschen Pistolen-Munition. Wir kriegen noch ein rotes Kraut, was ich nicht brauche. Und wir kriegen... Ah, ich glaube, ich nehme ein bisschen Flint-Munition. Rotes Kraut brauche ich allerdings nicht. Rotes Kraut ist das unnützeste Kraut, weil ich habe davon die meisten gefunden, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise ich habe die meisten von Grün gefunden, aber... Schieß mal in die Augen. Okay. Wir verstauen erstmal die wichtigsten Sachen. Die, die wir nicht mehr brauchen. Nehmen uns mal noch zur Sicherheit das zweite Kampf-Messer mit. Und... Einen Film haben wir halt nie gemacht, ne? Sonst ist hier nichts mehr. Speichermaschine können wir nochmal. Ich soll mal ins Auge schießen. Passiert nichts. Ist geschützt. Habe ich mir gedacht. Okay. Forschungslagebuch. Beobachtung zum Embryonalen Wachstum Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen ca. 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begann die Beobachtung. Das medizinische Team half das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 Wach und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich ab und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Klingt auch nett. Proband zur Fortpflanzungsrate. Proband 5001. Das G-Virus wurde Proband 5001 verabreicht. 5001 mutierte zur G-Form und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo umplantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während des Experiments zusammen und nahm sich das Leben. Experiment zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Proband 628-639. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigt der Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Okay. Das war einfach. Okay. Jetzt zurück zu Ada. Das war bestimmt nicht einfach. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Lend-Virus erkannt. Abriegelung der Anlage eingeleitet. Selbstzerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung. Oh oh. Jetzt kommt Mr. T. Unautorisierte Entfernung eines Lend-Virus erkannt. Abriegelung der Anlage durchsuchen. Da ist ein Vachstreicher Einfluss. Waagegen. In. Achtung! Ja!